numm 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 Lass bloß nichts fallen! haha Opfer du kriegst halt so recht hääääh Du gehst nicht nach, oh gott Ach, lass mich oder ich setze das ein Du hast eit Koffer vergessen, Ey Haya, ich weiß, tschüss Mein Gott ey Nerven die! Die nerven mich alle! Es wird kälter! Oh, ein Hund! Waff, waff! 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 Hush, leweck! Check es bitte! Wann, nur? Fahrt los! Ich komm immer näher! So, tschüss! Weg mit dir! Du Dreckspack! Oh, der Trapfen der Kessel, okay! Hallo! Oh, komm, ein Bein läuft schon wieder Kretzeln her! Oh, ich liebe es! Hallo! Oh, Harry! Komm mal her! Guck mal hier! Die Tulester sind aus Asgaban geflohen! Sirius Black, er will dich töten! Oh! Oh, ich... Mir fällt gerade auf, ich müsste... Äh... Mal nachschauen... Wieso Arthur dann behauptet hat, dass Sirius böse wäre, wenn er... Wenn er eigentlich weiß, dass... ...Dirius Black nie was Schlimmes gemacht hat! Oder irgendwie so... Keine Ahnung! So! Ich hab schon wieder vergessen, wie das jetzt hier geht! Das gibst du mir, du gibst mir den Hut! Dann kann ich drauf springen, oder was? Weiß es nicht! Ein Buch? Ah, ah, ah... Ah! Ok, er schrückte Ah! Mein Gott ey! So... ... was haben wir jetzt denn noch? Da haben wir irgendwie einen Flatter-Typ. Was hat das denn jetzt gemacht? Oh, aua, aua, sorry. Hier haben wir nichts. Da könnte was drin sein, aber noch sehe ich da nichts. Ach man ey, lass mich doch mal hier in Ruhe, du Kack-Ding. Oh Gott ey. So, hallo, helft uns mal bitte. Oh, Feuerholz. Okay. So, zack, zack, zack hier, ne? Ja, Feuerholz tatsächlich. Und jetzt? Ah, okay. Feuer, aua. Ja, diese Explosion, die habe ich auch nicht erwartet, Buch. Und jetzt? Ich bin jetzt endlich beim Latein am Ende. Da oben können wir nichts machen. Mit dir auch nicht. Der auch nicht. Da auch nicht. Junge. Geh mal hier rein. Oh, geht nicht. Äh, hier auch nicht. Muss ich dich dann nochmal sehen, oder was? Hi. Was hast du denn da? Eine Ente? Irgendwann. Sehr schön. Doch, das haben wir, du. Blödes Buch. Mann, 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 Mann. Hallo. Alles klar. Hast du Spaß dahinter? Cool. Sehr cool. Sehr cool. Wie? Wir rufen alle Boo? Ihr dreckigen hier. Ihr Gemeinkinder. Ich habe euch nie was getan. Hahaha. Tschüss, Harry. Wie? Willst du jetzt losfahren, oder was? Ich weiß ja nicht, wo wir hier sind. Aber. Ich hätte jetzt da nicht einfach los. Jetzt haben wir hier eine Blume bekommen. Cool. Achso. Vielleicht da oben drauf. Finde ich lustig. Tatsächlich. So. Haha. Draco. Oh, weg ist er. Okay. Dann ist das für mich in Ordnung, wenn er weg ist. So. Hier. Bunky. Alles zerstören. So kennen wir es ja. Oh, ne? Was haben wir da drin? Ach, ich habe, äh, ich backe gleich noch. Hefezapfel, Leute. Könnt ihr dann auf Instagram sehen. Ach, das ist so eine Art Lautsprechanlage, ne? Okay. Oh, hier ist was rausgekommen. Cool. Dum 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 dum. Ähm. Wollen wir hier irgendwo einen Paket wagen, oder so? Ich wüsste sonst nicht, wo wir hin. Ach, hier. Ah, das ist eine Sprungerhöhung für uns. Das ist natürlich sehr, sehr clever. Die Frage ist, wofür brauchen wir hier einen Trank? Weiß ich noch nicht. Ah, okay. Jetzt sind wir hier. Ha! Alles bloß hier. Alter, mach das Ding alles kaputt. Was haben wir da denn jetzt? Ach, hier. Hierfür brauchen wir den Trank, okay. Das andere Ding rum wird gleich. Ich muss jetzt mal hier gucken. Ne, ach, Mann, Hermine. Egal, dann nehme ich dich, Hermine. Das ist für mich auch in Ordnung. Hier müssen wir ziehen, okay. Noch sind wir aber nicht so stark, wie ich sehe. So, hier haben wir noch einen Koffer, ne? Habe ich einen Koffer übersehen? Der ist bestimmt da oben drin. Ich weiß nicht, ob Rumpenbein äh, graben kann. Das testen wir jetzt gleich eben. Und hier. Ah doch. Kann graben. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ne, ich will... Danke. Und Wingardium Libiosa. So, weg damit. Cool. Sehr schön. War hier nicht irgendwo... Wo war das denn jetzt nochmal? Ich dachte, das wäre hier oben gewesen. Ich hab's nämlich tatsächlich vergessen. Wo das Ding jetzt war. Hä? Also der Knochen ist hier hinten, ne? Gewesen. Das Ding, das hab ich ja vorher noch gesehen. Ist hier zu blöd, oder was? Ah, da. Hier hinten? Ich dachte, das wäre da oben drauf. Ein coole Ding gewesen. Naja. Naja. Hopp, 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 hopp. So, Hermine. Jetzt beweis mal, wie stark du sein kannst. Ja, du bist nämlich Mucki, Hermine. Ah, zeig's denen. Sehr gut. Sehr gut. Wo war denn deine Ratte? Hallo, Mann. Hier. Tschüss. Pass auf, Kiki. Kratzi, auf. Äh, auf? Ja. Mein Kopf hat irgendwie ausgesagt und dann dachte ich mir so, hä, was? Auf? Ja, auf. Frau, Ding, sie bo... Junge. Achso. Okay, ich helfe ihr mal hier. Bitteschön. Dadadam. Ich würde aber auch ganz gern hier rein und mal gucken. Hier oben kann man Sachen machen. Das müssen wir natürlich eben ausprobieren, ne? Da. Weiß nicht. Was ist hier mit? Ah, ha, ha, ha. So, Tisch aufmachen hier. Sehr schön. Schaut euch das an, wie ordentlich ich hier bin. Okay, ich gehe weiter. Das ist mir, glaube ich, zu verarbeitet, tatsächlich. So, dann helfe ich erstmal hier allen Schülern. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Das ist hier. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Ah, das ist er. Okay. Und stecken wir den da mal rein. Sehr gut. Alle anderen Abteile sind voll. Dann lass uns hier reingehen. Harry, wer ist das? Das ist Rebus Lupin. Das ist unser neuer Verteidigung gegen die gelungenen Künstlerzauberer. Oh, es ist kalt. Harry! Ah! Haha, ich muss los. Ich bin ein Ninja. Ich bin ein Ninja. So, weg mit dir. Ah, stimmt. Habe ich vergessen. Okay, okay. Denn, er hier kann nicht in das Mondlicht. Sonst würde er sich nämlich verwandeln. Und das will ja keiner. Ne? Denn, er ist ein Wolf, Leute. Er ist ein Wolf. Jetzt habe ich die Katze aus dem Sack gelassen. Er ist ein Wolf. So, was mache ich damit? Achso. Genau, das Eis zerklappen. Gut, 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 gut. Sehr schön. Dann zaubern wir hier mal wieder ein bisschen. Und zwar ein Dingsi. Okay, das stellen wir jetzt alles da drauf. So, und jetzt schieben wir das. Irgendwo, da. Sehr gut. Sehr, sehr gut gemacht. Hinten war nichts mehr, oder? Bin mir nicht sicher. Bearbeiten wir irgendwie noch die Flächen. Und pang. Okay, hier war echt nichts mehr. Wir können weitergehen. Die Schüler sind auch irgendwie alle verschwunden, die vorher da waren. Aber es macht nichts. Okay, Schlüsselion sind wir nicht. Aua. Aua. Junge. Ich muss mal was testen hier. Okay, ich kann sie kaputt machen. Dann mache ich euch kaputt. Bitteschön. Ihr Kack. Dinger. Das ist ein bisschen weg. Von. Von. Wir brauchen deinen Krätzi. Deine Krätzi mal wieder. Boah, ich kriege gerade echt Hunger. Was bringt uns das jetzt hier zu öffnen? Aha, da ist was drin. Wieder ein Schlüssel. Was heißt da? Ne, da ist kein Mondlicht. Okay. Aua. Hör auf jetzt. Hallo? Ah, eine Spizzi. Eine Spitzhacke wieder. Du, 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 du. Geh mal hier noch mal gucken. Der war nichts. Der war wahrscheinlich auch nichts. Ne. Okay. Dann gehen wir weiter. So, du willst ja auch schlau genug sein, oder? Nein? Okay, dann brauchen wir eine Mine. Hm. Mond. Trank. Das und das. Du, 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 du. So, sehr schöne Mine. So, das kommt jetzt da hin, glaube ich. Du, 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 du. Und hier machen wir mal eben die Kiste da noch kaputt. Und dann können wir hier wieder Spitzhacke einsetzen. Was ist das? Ein Bild? Ah, für hier oben? Ne, für da. Eine Jalotine. Oder wie man die Dinger nennt. Ein Rollo, sage ich jetzt, ja? Das klingt mehr Deutsch. Hm? Oh, drei? Ist aber hier. Wow. Super. Hey, wie ist alles in Ordnung? Hm. Hier hast du ein Stück Schokolade. Ja, bitte. Hm. Oh, super, Leute. Hätten wir den ersten Teil auch geschafft. Sehr schön. Ich würde dann sagen, wir sehen uns übermorgen. Bis dann. Euer Kamito. Haut rein. Und. Äh, warte. Wir warten noch die goldene Steine ab. Ja, da sind sie. Ein. Nein. Okay. Dann. Bis dann. Euer Kapital 3. Und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020